207 Teile. Der vollbestückte Werkstattwagen mit Einlagenpaket ist ausgestattet mit Zangen, Steckschlüssel, Schraubendreher und Schraubenschlüssel. Der Werkstattwagen kommt komplett aufgebaut zu euch. Ihr braucht ihn nur auspacken und könnt direkt loslegen. Wir haben hier einen Kantenschutz, der vor Beschädigungen schützt und wir haben auch hier an der Seite die Euro-Lochung, sodass ich halt hier Dosenhalter, Haken und so weiter verwenden kann. Der Werkstattwagen kommt mit einem 207-teiligen Werkzeugsatz, der sich auf drei Schubladen verteilt. In der ersten Schublade haben wir Steckschlüsselsatz, Viertel, Drei Achtel und Halb Zoll, kurze Nüsse, lange Nüsse. Die zweite Schublade sind Schlüssel bis 22 mm und in der dritten Schublade haben wir Schraubendreher und Zangen. Die Schubladen haben eine Einzelverriegelung, sodass sie sich nicht selbstständig öffnen können. Aus praktischen Gründen haben wir das Schloss auf die Seite verlegt. Somit stört euch der Schlüssel nicht beim täglichen Gebrauch.